TDK Electronics GmbH in Kooperation mit der Technischen Universität Graz. Projekt Seracharge, erster Solid-State-Akkumulator in kompakter SMD-Technologie. 50 keramische Lagen, die in einem komplexen Prozess miteinander verbunden werden, ergeben einen unbrennbaren, leistungsfähigen Festkörperakku, frei von Edelmetallen. Die zuverlässige Verfügbarkeit von Energie, direkt dort, wo sie benötigt wird, ermöglicht damit eine völlig neue Vielfalt an Anwendungen. Mit der Entwicklung des Seracharges verbinden wir unser jahrelanges Know-how auf dem Gebiet der Elektrokeramik mit den Anforderungen des Marktes und so haben wir die kleinste Batterie dieser Art für den Markt entwickelt. Nachdem die Entwicklung von Seracharges abgeschlossen ist, wollen wir noch im Jahr 2019 in die Serienproduktion laufen und eine neue Technologie etablieren. – Eine первfriendigeСiversität zu – Ne. – Ne. – Ne. – Ne. – Ne. – Ne. Untertitelung des ZDF, 2020